Das Geheimnis, wie ihr Teppichkäfer loswerdet. Ihr plagt euch mit Teppichkäfern, die kaum mit dem Staubsauger zu bekämpfen sind? Ich habe eine Lösung für dich, die ich selber seit einiger Zeit anwende. Diese Falle lässt sich in wenigen Sekunden aufbauen und hat sich als super effektiv bewiesen. Die Falle ist eine sogenannte Pheromonfalle, welche mit einem speziellen Geruch die männlichen Teppichkäfer anlockt, welche dann auf der Klebefläche, die ich hier installiere, kleben bleiben, wodurch der Befall ausgebremst wird. Trotzdem ist die Falle für Menschen zu 100% geruchlos. Da ich bereits seit einiger Zeit in diesem Teppich einen Befall vermute, wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, werde ich die Falle hier installieren. Die Falle könnt ihr ganz einfach unter futura-shop.de erwerben. Für die Resultate klickt einfach aufs Plus.